9,475 Am Reck, der vulgare Donnev, Adlerschwung, Elkerfriesenfelgen, umgreifen wir in den Kammgriff. Und da hat er einen Zwischenschwung eingelegt, verehrte Zuschauer, das war nicht so geplant, er hätte eigentlich umgreifen müssen und dann die Riesenfelge im Kammgriff durchziehen müssen, das heißt, er wird ein paar Punkte abgezogen bekommen, ein paar Zehntel, denn diese Übung entsprach nicht dem vorgeschriebenen Pflichtprogramm. Er hat das relativ geschickt kaschiert, selbstverständlich, aber die Kampfrichter werden das schon bemerkt haben. Also 0,2 bis etwa 0,3 Punkte werden abgezogen hier. Dachte ich käme die Szene noch einmal, die Zeitlobe wird ein bisschen nach vorne getrieben, der Abgang der Doppelsalto, wie von den meisten mit einer frühen Streckung vor der Landung geturnt. Ja, da kommen dann etwa 9,3 raus oder noch weniger. Wie es scheint, haben auch die Kampfrichter zunächst einmal ein paar Probleme damit. Diese 9,125 Punkte für den Bulgaren.